Wir sind hier in der Friedrich-Liszt-Schule, einer großen beruflichen Schule mit kaufmännischem Schwerpunkt in Wiesbaden. Und ja, die beruflichen Schulen sind ein Kristallisationspunkt, wenn es um Zukunft geht. Denn dort bekommen junge Menschen nicht nur in der dualen Ausbildung, sondern in ganz vielen Schulformen mit allen möglichen Schulabschlüssen ein gutes Rüstzeug für ihr weiteres berufliches Leben und damit auch für ein selbstbestimmtes Leben.